So, das ist unser neues Trash-Game. Ich bin heute TheDevGuy. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe es in der Nutze genommen. Es ist ein Free2Play-Titel von Steam. Mal gucken mal. Das ist englisch. Mal gucken mal. The man you see in front of you is Warren. He is the DevGuy you will be controlling. Also das ist Warren, ist der DevGuy, den müssen wir kontrollieren. Das sind wir also im Spiel. I don't need to do his help him upload his game onto the App Store. Also er hat anscheinend ein Game gemacht und wir müssen ihm helfen, dass das in dem App Store es downloaden kann. Schätze ich mal. Ja, uploaden in den App Store. I don't know if you want to go with a credit card and lost the starter. Also, ich... correct. Ja, gut. Ja. Ich lehre mal. Das ist abgestürzt. Und die Datei ist verloren gegangen dabei. Luckily, Warren has a backup on your jump drive in his car. You just need to get him to auto-double in the game. Aber ein Glück warren hat ein... Hat das backup von ihm game in seinem... In seinem... In seinem car. Wir müssen drüben in den Neubi Auto-Game und dann den scanner uploaden. Also... Uploaden. Wie kann man dann automatisch arbeiten? You control warren dann movement with arrow keys and use E to intake it. Also E mit Objekten interagieren. Wenn man etwas herkennend ist, wird es send to the arrow key. Und wenn die R key appear, wird es das arrow. Okay. Also E mit Objekten interagieren und Air things. Okay, next. Wenn du willst, wenn du das Spiel gewinnen möchtest, kannst du das Spiel gewinnen. Wenn du das Spiel gewinnen möchtest, kannst du das Spiel gewinnen. Also. Das ist mein Test. Also, ich werde das Spiel gewinnen. Okay. Oh, die Tür. Gelidow feels dirty. Pushing it is nothing I'll have to go around. It's a bad, I sleep only when I'm not pulling out the all-nighter. Okay. Wenn ich mir den Schmack nicht wieder wegkann bin, kann man mal die Schmack zu kommen. Oder was ist das? Das ist ein Schmack. Das ist ein Schmack. Das ist ein Schmack. Was ist das? Was ist das? Das sieht man. Wie ist das? Was ist das? Was ist das? schraubenzieher was ne hr aber schuldig dass der wasser kulturt und der mutter umwelt so genaubt m Also ich bin hier gar nicht bei dir zu Hause oder was? Fünf Looks like a crime scene from Mrs. Lonely had a dead cat I have to find a way around Okay, hier ist anscheinend eine Katze gestorben Also ich bin so unzündig Der hat nicht mal Arme, ja doch Das ist eine schöne Bettdecke! 3 Ode, was ist das? Ode, was ist das? Ack 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 aber das ist ein Spiel das ist doch zu sein das ist das kann man spielen wenn man das ist ein Spiel da kann man auch ein Telefon Leute die Ness hier ist die Ness die Ness geil oh hier das ist die Ness das ist die Ness die Ness die Ness wirklich wirklich ne 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 Das ist okay, das ist für ein Talon, ich weiß nicht, sorry about it, man. So, bring me back, all right, I'll be down in a bit. Hm, sounds like I just caught up. I will be down in a bit. Shoot off first. I will be down, when I didn't know the card and it was it. Oh, the reminds me of as you left your card and I could, so took it up to you. Oh, is that so? Yeah, mate, I got you back on this too, Fro. Ich will einsteigen! Leute, was ist das für ein Spiel? Ich brauche Schuss für das Auto, aber wo sind die? Oh, shit, das Sound kam von raus, so ich besser check it out. Wut? Okay, wo ist mein Carwindow, Bastard? Man, I felt bad about looking at the car, so I broke the window, and I like it for you. So, okay, what the fuck? Hey, I made of your mistake opening in your car, where you just stated that you broke. You broke my fucking window. Hey, well, I'm sorry. It doesn't matter anymore. No, it doesn't matter. I can't finish getting the jump travel. Oh, you made this thing written. You say so. I took the motor. Now we came, what the fuck? Well, I feel good now. Well, I still keep getting the jump travel. Whatever, have you come? Now, I could take it again. Okay. Okay, after this is the internet. Let's have this hook laden. Okay. Uh... I will go back. Wait a minute, children. I will go back. I will go back. That would be good. I just heard what the fuck was. Okay. Ich bin lachend, ihr habt einen Kumpel für einen Nimmatrieb. Er hatte eine gute Idee. Oh Gott nein. Das ist Sticks. Sticks ist nicht nur ein Hummel. Sticks wird nicht mehr auf den Leck. In diesem Spiel, wir haben die Sticks-Hedritschritte. Die Blüte, die Sie sind die Sticks-Hedritschritte. Die Greenen Bums sind... Was ist das? Oh nein, es muss ja! Warte, was ist das? Warte, was ist das? Nein! Das rechte muss immer gerade oben sein, bevor der Teil ablöst, ja? Das ist doch scheiße! Das ist ein Wegspiel! Also das ist so ein Wegspiel, habe ich noch nie gesehen, komm! Ich will nicht! Wie komme ich hier raus? Escape! Ich komme nicht raus! Ich will nicht raus! Ich will nicht raus! Ich will nicht raus, dann kommt die Seite zurück! das einzige gute ansonsten das spiel scheiße noch mal was spiel ist nicht kaufzweifel keinen fall in meines kursos kam nicht aber das ist der richtiges trash game cable guide nicht empfiehlt überhaupt nichts ja lasst es schein sein und damit habe ich das nächste trash game bis 6 mal nicht vergessen das video kommentieren teilen und mich abonnieren bis zum nächsten mal tschüss